Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Recht recht bleiben muss und dass Gesetze einzuhalten sind und dass wahrscheinlich auch die Abschiebung, die da vorgenommen wurde, rechtlich okay war. Nicht alles, was rechtlich okay ist, ist aber auch moralisch okay. Und ich glaube, die Frage, die hier vorherrscht, ist nicht primär eine politische Frage, ob rechts oder links oder oben oder unten, sondern ist eine menschliche Frage. So ein Polizeiaufkommen, das würde ich mir wünschen, wenn es um die wirklichen Gefährder geht. Und das muss sich natürlich der Herr Innenminister schon gefallen lassen. Das liegt natürlich schon in einem zeitlich sehr, sehr nahen Zusammenhang. Das eigene Versagen wird klar und plötzlich geht man her und zahlt mit Hundertschaften an Weger und Hunden da Mädchen raus, die originalgenau nur in die Schule gehen wollen. Ich hoffe, dass dieser Antrag viel Zustimmung findet, weil Simmering ist der schönste Bezirk der Welt und ich will in den Medien davon lesen, dass Simmering wieder mit den tollen Dingen des Lebens verknüpft wird und nicht mit so einem unmenschlichen Vorgehen. Danke. Applaus